Guten Morgen! Wir starten heute unseren Tag um fast 1 Uhr mit dem ersten Frühstück des Tages. Und zwar haben wir hier... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall ist es sehr scharf und mich hat schon ein Schluck auf. Tja. Wir hatten jetzt eine grüne Pflanze, die wir nicht einordnen konnten, die aber sehr lecker war. Dann grüne Bohnen, so eine Art Sellerie, Reis und eine Praunensoße, sehr viel zu scharfe Chili. Und obwohl ich ganz eindeutig etwas Vegetatisches bestellt habe, habe ich dann doch Fleisch in meinem Essen gefunden. Zumindest glaube ich, dass das das ist. Also es stellte sich raus, dass es sich bei dieser Fleischballage wohl nicht um einen Wurm handelte, sondern nur um eine Anchovy. Zumindest wurde uns das dann so gesagt. Wir probieren jetzt ein anderes traditionelles Gericht hier aus Singapur aus, das wir uns extra in einem Supermarkt zugelegt haben. Und zwar handelt es sich dabei um Pandan Kaya. Eine Art Marmelade, würde ich mal sagen. Zucker, Eier, Kokosnussmilch, Pandan Blätter Extrakt. Dieses Produkt wurde uns empfohlen. Es sei etwas, was man unbedingt ausprobieren muss. Und genau das tun wir jetzt. Das ist so. Es ist sehr schien. Es ist schien. Es ist schien. Ja, richtig? Es ist schien. Es steht, dass es eine Permittet-Coloring gibt. Also, das ist so. Okay. Ich habe eigentlich auch ein Brat, das grün war. Da habe ich wirklich gedacht, warum? Es schmeckt ein bisschen wie Marzipan. Alles gut? Es schreckt mich mehr ab zu wissen, was die Zutaten sind, als wie es schmeckt. Aber so geht es mir schon seit gestern Abend. Aber eine Bekannte hat auch mal gesagt, bei asiatischem Essen soll man niemals fragen, wie es gemacht wird oder was drinsteckt, sondern es einfach essen. Dann schmeckt es auch. Den überwiegenden Teil des heutigen Tages haben wir ein bisschen vertrödelt. Also, erstmal waren wir bis, ich glaube, halb eins noch zu Hause und haben geschlafen. Und dann sind wir auf einen Markt gegangen, haben dort gegessen, sind shoppen gewesen. Und ja, dann haben wir eine übertrieben lange Zeit damit verbracht, zu Hause zu sitzen, zu überlegen, was wir tun. Mein Laptop hat den Geiste aufgegeben. Ich war schon kurz davor, ihn aus dem Fenster zu schmeißen, weil er komplett nach einem Blue Screen of Death gestartet ist und sämtliche Settings neu eingestellt werden mussten. Also, im Prinzip, so als hätte ich ihn auf Betriebszustand zurückgesetzt. Aber sämtliche Dateien, die ich vorher auf dem PC hatte, sind jetzt wieder da. Insofern, alles nochmal gut ausgegangen. Dann haben wir jetzt eine unendliche Zeit im Metro System verbracht. Wir wollten zu Sentosa Island und vorher noch, wo wollten wir eigentlich hin, Little India. Aber wir haben die Entfernung hier einfach komplett falsch eingeschätzt. Und ja, im Prinzip haben wir anderthalb Stunden im U-Bahn System von Singapur verbracht. Jetzt sehe ich, dass hier Leute rennen. Wir wollen uns gleich eine Light Show auf Sentosa Island angucken. Dafür müssen wir nochmal zum Strand runter. Dann treffen wir uns wieder mit Zack und Lisa. Und sie zeigen uns ein bisschen Sentosa Island, fühlen uns hier ein bisschen drauf rum. Sentosa Island, im Übrigen, ist eine Insel etwas vorgelagert vor Singapur. Und enthält so Dinge wie Casinos, Gesundheit, Cafés, Shopping Center und Universal Studios Singapur. Ich wusste nicht, dass Singapur überhaupt Universal Studios hat, aber scheinbar. weit weg mitzuholen zum Abend um Souvent von Neuert�zen zur Technologie Non vielleicht weiteres бум Word还是 bis zum Strand sehen señor Dios Nuverts, jetzt sehen wir uns, dass Sie haben mit der Technologie Nummer Brother, die Patienten in vers tran Ort disputieren. forgot es geht. Das Themaiti x-B耒at30d. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018